Das Grundproblem der Raumfahrt ist in einem Satz zusammengefasst. Sie ist teuer, denn man benötigt große Energien, um die Nutzlast auf extrem hohe Geschwindigkeiten zu beschleunigen. Ein Professor aus den USA schlägt jetzt eine Lösung vor. Schwarze Löcher könnten als eine Art Lichtschleuder dienen. So könnten Raumschiffe extreme Geschwindigkeiten erreichen und somit schnell und ohne großen Treibstoffverbrauch im Alu umherreisen. Also der Raumschiff-Antrieb Halo Drive. Jetzt ein Clixoom Science & Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos, abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Das ist eine ziemlich spannende Zukunftsvision von David Kipping, er ist Astronom an der Columbia University und beschäftigt sich schon seit längerer Zeit mit schwarzen Löchern in Zusammenhang mit der Raumfahrt. Jetzt hat er eine Studie veröffentlicht, in der er beschreibt, wie wir uns schwarze Löcher Löcher zunutze machen könnten, um bei einer Reise durch das Weltall Energie und Zeit zu sparen. Kipping hält es für durchaus möglich, dass wir schon bald bemannte Reisen über weite Distanzen im All zurücklegen können. Doch dafür seien eben neue Technologien notwendig. Schwarze Löcher könnten uns dabei helfen. Quasi als eine Art Beschleunigungssystem im Weltraum. Fangen wir von vorne an und zwar bei den sogenannten Swing-By-Manövern, auf denen Kippings Idee letztendlich basiert. Schon seit den Voyager-Raumsonden wird diese Technik genutzt, damit Raumsonden quasi kostenlos Energie tanken können. Die Gravitationskraft der Planeten wird hier genutzt, um Raumsonden zu beschleunigen oder auch abzubremsen. Denn wenn die Sonde als leichter Körper nah an einem vergleichsweise schweren Himmelskörper vorbeifliegt, nimmt sie quasi Energie von ihm auf. So kann nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch die Flugrichtung geändert werden. Wenn die Raumsonde sich wieder entfernt, bremst der Planet sie ab. Das ist alles eine Frage der Perspektive. Aus Sicht des Planeten verlässt die Raumsonde ihn mit derselben Geschwindigkeit, wie sie sich ihm genähert hat, eben nur in eine andere Richtung. Aus Sicht der Sonne sieht das alles ganz anders aus. So gesehen kommt zu der Geschwindigkeit der Raumsonde die Geschwindigkeit des Planeten hinzu. Relativ zur Sonne gesehen ist sie also effektiv schneller geworden. Der Planet selbst wird durch die ganze Sache nur einen minimalen Tick langsamer. Doch durch seine gigantische Masse im Vergleich zur Raumsonde ist dies zu vernachlässigen. Niemand kann seinen Geschwindigkeitsverlust überhaupt messen. Doch die Fähigkeiten dieser Swing-by-Schleuder sind begrenzt. Denn mit der Technik dieses Manövers lässt sich die Geschwindigkeit maximal um die doppelte Geschwindigkeit des Planeten erhöhen. Der Merkur beispielsweise bewegt sich auf seiner Bahn im Sonnensystem mit einer Geschwindigkeit von 47,4 Kilometern pro Sekunde. Für eine interstellare Reise aber braucht man eben deutlich mehr Geschwindigkeit, nämlich zumindest relevante Bruchteile der Lichtgeschwindigkeit, die ja bei knapp 300.000 Kilometern pro Sekunde liegt. In der Theorie gibt es Ideen, um dieses Manöver effektiv zu gestalten. Und zwar mit Hilfe eines engen Doppelneutronensterns. Der US-Physiker Freeman Dyson hatte 1963 bereits zwei Neutronenstern vorgeschlagen, die jeweils etwa eine Sonnenmasse aufweisen und sich alle fünf Millisekunden einmal umkreisen. Ein Raumschiff könnte durch einen engen Vorbeiflug auf bis zu 81.000 Kilometer pro Sekunde beschleunigt werden. Das entspricht 27 Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Doch diese Überlegung enthält einen fatalen Nachteil. Die Gezeitenkräfte des Doppelneutronensterns sind gigantisch und würden das Raum spaghettifizieren. Dieser Begriff wurde von Stephen Hawking geprägt und meint die Verformung von Objekten, wenn diese in die Nähe eines Schwarzen Lochs geraten. Es wird zunächst in die Länge gezogen und dann auseinandergerissen, bildlich gesehen eben wie die Form von Spaghetti. Doch klar ist auch, nicht nur schwarze Löcher sind in der Lage Objekte zu spaghettifizieren, sondern eben auch Doppelneutronensterne. Und damit kommen wir zurück zu dem Astronomen David Kipping und seiner aktuellen Arbeit. Denn er hat sich eine Möglichkeit überlegt, wie eine bemannte Reise im Weltall mit Hilfe von schwarzen Löchern noch schneller werden könnte und das eben ohne das Risiko einzugehen am Ende als Spaghetti zu enden. Konkret schlägt Kipping vor, schwarze Löcher als Spiegel zu nutzen. Dass die Objekte wie eine Art Spiegel wirken, das weiß man schon seit 1993. Dat Kipping müsse Laserlicht sehr gezielt an dem schwarzen Loch vorbei gelenkt werden. Um das schwarze Loch herum befindet sich das sogenannte Photonen-Halo. Das ist eine Zone, in der das Licht das schwarze Loch ein- oder mehrmals umkreist. Das Licht, das dem schwarzen Loch ziemlich nahe kommt, bleibt zunächst in diesem Photonen-Halo. Außerhalb dieses bestimmten Radios aber rast das Licht vorbei, wird in die Gegenrichtung umgelenkt und kommt so wie ein Bumerang zurück. Mit einem Lichtsegel könnte das Raumschiff die Photonen dann wieder auffangen. Vereinfacht gesagt wird also der Effekt, dass schwarze Löcher wie ein Spiegel wirken und Photonen wieder zu ihrer Ursprungsquelle zurückschleudern ausgenutzt. Kipping nennt diese ultimative Schleuder Halo Drive. Raumschiffe schießen also Laserstrahlen in Richtung des schwarzen Lochs und die Photonen, die zurückkehren, werden mit einem Segel wieder eingefangen. So kann an Geschwindigkeit zugelegt werden, ohne dass viel Energie benötigt wird. Das Ganze berechnet Kipping auch mit Hilfe von komplizierten Formeln. Letztendlich kommt er zu dem Ergebnis, dass so eine Endgeschwindigkeit erreicht werden könnte, die bei 133 Prozent der Geschwindigkeit des schwarzen Lochs liegt. In Kippings Vision könnte die Raumfahrt in Zukunft die rund 10 Millionen schwarzen Löcher, die es Schätzungen zufolge in der Milchstraße gibt, als eine Art Express-Autobahn-System nutzen. Quer durch die Galaxie reisen auf riesigen Netzwerken von interstellaren Autobahnen und sich so von einer Station zur nächsten schießen lassen. Wow, was für ein Irrer, aber gleichzeitig auch geniale Gedanke. Kipping schreibt auch, dass ein Raumschiff nicht unbedingt selbst seine eigene Laserlichtquelle mitbringen muss. Ein entsprechender Laser könnte stattdessen auch auf einem Planeten installiert werden. Zudem könnten statt Licht auch Teilchenstrahlen, also eine Art Ionenantrieb genutzt werden. Schaut man sich die Relativitätstheorie genauer an, wird klar, dass es theoretisch gesehen tatsächlich möglich ist, Bruchteile der Lichtgeschwindigkeit zu erreichen. Der von Kipping beschriebene Halo Drive sorgt dafür, dass mehr Photonenenergie zurückbleibt, als anfangs aufgewendet wurde. In der Theorie könnten somit also ganze Planetenmassen in Bewegung versetzt werden. Offen lässt Kipping dennoch eine wichtige Frage, wie können wir ein geeignetes schwarzes Loch in angemessener Zeit erreichen. Kipping hat angekündigt, sich mit diesem Aspekt in seinen noch folgenden Arbeiten zu beschäftigen. Denn wenn dieses Problem nicht gelöst wird, bleibt die Idee reine Theorie. Schwarze Löcher erklärt. Cooles Video, unbedingt draufklicken, anschauen und ByteThings abonnieren. Bis dann, bleibt dran!